Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da Um die Anteil der Menschheit stark zu reduzieren, wir werden endlich alle kreprieren Sex, 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 wie wunderbar, dass auch viele leiden, schreien und weinen Denn sie wollen ihr wertloses Leben behalten und können sowieso nix erreichen Ja weiß ich bin der Meister des Horrors, des psychischen Folterns und du bist mein nächstes Opfer Du bist 18 zusammen um überleben zu können, sonst werde ich dich finden Dir dein Leben nehmen, es wird dich keiner vermissen! Wenn man deine Psyche brechen kann, ist die Psyche gebrochen, pflanze ich dir suizidale Gedanken in die Schädeldecke Nimmt euch den Strick um abzuhängen, dann wird der Wunsch von so vielen Warmann, schau zu ihnen auf, doch ich schau auf sie herab Hab gepaßte Darugans, nehme ich das zukipptige Todesurteil aus der Hölle mit Kunsthands an Willst du ein Problem, du Animatronic of Wishmen? Ja, das ist Les Claren 1 gegen 1 im Freddy's Fastball-Restaurant Wenn ich mit dir fertig bin, siehst du aus wie ne Mischung aus Springtrap, Golden Freddy und Menge Der Spanische Esel erwartet dich, setz dich auf den 3G-Holk-Bike Wie könnte ich an deine Beine werden gewichtet angeheftet und dich in zwei Stücke zu reißen?